Red Dawn. Also wie plant Russland bis heute die Übernahme anderer Länder? Welchen Methoden? Also insbesondere hier Deutschland und die USA. Also da kann man sehr viel auswerten aus der Geschichte. Es kam ja beinahe zu einer Revolution hier, 1923. Also das war eine von Russland letztendlich geplante kommunistische Revolution hier. Hier, man hatte dann dieses Zellensystem, also man ging da halt sehr strikt vor mit einer hohen Betonung auf Sicherheit. Also eine kommunistische Zelle war teilweise nur drei Mann stark aus Sicherheitsgründen und über diese Zellen werden dann alle möglichen anderen Strukturen hier dann kontrolliert. Also die einen machen dann Informationskrieg mit Tarnorganisationen, halt verschiedenste Medien. Dann werden Kampfgruppen aufgestellt. Das heißt, Leute werden auch ausgebildet, rekrutiert, bewaffnet, ausgestattet und so weiter. Es gab dann geheime Waffenlager. Ein weiteres Element ist Infiltration der Gesellschaft, also insbesondere auch Sicherheitsbehörden. Dann gibt es auch eine Abteilung für Spezialwaffen, die man gegebenenfalls einsetzt. Und es werden auch Verwaltungskader rekrutiert und entwickelt für später. Also du willst ja nicht nur, dass dann, wie es ja damals geplant war, so ab 1923, dass hier halt dann tausende russische Berater hierher kommen. Und diese Russen streuen hier dann letztendlich alles, sondern man will halt auch deutsche Gesichter haben hier. Deutsche Namen. Um eben den Eindruck zu erwecken, das sei halt irgendwie auch so organisch entstanden, das sei aus dem Volk heraus entstanden. Also die Menschen hier hätten sich befreien wollen von dem Kapitalismus und dem Imperialismus und so weiter. Man weiß ja aus Erfahrung her, die Leute möchten halt eher verwaltet werden hier von Deutschen. Ja, ob die dann komplett unter Kontrolle von Moskau stehen, ist eine andere Sache. Ja, aber man will eben diese deutschen Gesichter. Also brauchst du halt tatsächlich Verwaltungskader schon in der Vorbereitung, bevor man diese Revolution hier macht. Und da brauchst du dann tausende. Also Menschen, die die Sprache hier sprechen natürlich, die sich auskennen mit den jeweiligen Gegenden und so. Das ist halt vollkommen notwendig. Und der Russlands Übergang vom Kommunismus zu einer Hybridideologie ab 1991 eignete sich auch hervorragend, um Revolutionen weltweit vorzubereiten. Also damals in Deutschland, in den 1920ern, konnten die Russen fast nur mit deutschen Kommunisten arbeiten. Heute können die Russen mit Linken arbeiten. Hier bei uns mit Rechten, Truthern, Muslimen. Also man versucht auch den Mainstream lange Zeit zu umgarnen. Das auf jeden Fall auch. Und ich hatte hier noch einen Beitrag veröffentlicht auf recenter.com. Das ist so ein Auszug aus meiner sehr, sehr langen Studie. Der Auszug heißt, so entstand die klassische Verschwörungsideologie. Und ich verwende ja den Begriff Verschwörungstheorien äußerst ungern oder Verschwörungstheoretiker. Sondern wir haben es halt zu tun mit schlecht gemachten und absichtlich gefälschten Berichten über organisiertes Verbrechen und Geheimoperationen. Also man benutzt das ja in verschiedensten Ländern seit sehr, sehr langer Zeit. So diese klassische Verschwörungsmythologie, einfach um Leute wütend zu machen, dass sie irgendwas Bestimmtes wählen oder dass sie irgendwas Bestimmtes machen, sich mit dem Ausland verbünden. Also da wird immer erst so ein Zweck festgelegt. Ja, man will hier irgendwas destabilisieren oder gar eine Revolution anschieben. Und dann überlegt man sich, was braucht man für dieses Ziel. Also wie aktiviere ich jetzt diese Zielgruppe, wie aktiviere ich jene Zielgruppe. Und die klassische Verschwörungsmythologie, das ist ja nicht nur eine Sache, die verwendet wird von den Rechten, sondern das wird auch von radikalen Muslimen verwendet. Also viele muslimische Länder auch oder auch Kreise bei uns, die glauben an diese Mythologie. Und das hat halt natürlich gewisse Dimensionen angenommen. Also nicht nur die Anzahl der Leute, die das vertreten, sondern auch, wie man halt eben diese größere Bedrohung dann wahrnimmt. Also einerseits hast du dann diese Vorstellung von den Weisen von Zion, so diese kleine jüdische Geheimloge, die alles steuert und so und für alles verantwortlich ist. Ja, so winzigste Bankerfamilien, die angeblich ja alles übernommen hätten. Sondern da gibt es ja dann dieses Kontaktschuldprinzip. Also das machen halt radikale Muslime, das machen auch radikale Rechte. Also die sagen halt dann, hier im Westen wird alles so von Juden gesteuert. Und wer das so nicht glaubt oder wer da jetzt nicht mitmachen will mit der Aufstandsbewegung und so, wer da nicht an Bord ist, der ist ein Feigling, der sich arrangiert hat mit der Verschwörung oder zu dumm, um diese ganz offensichtliche Verschwörung zu begreifen. Oder derjenige ist sogar Profiteur dieser Verschwörung. Also wenn dann zum Beispiel radikale Muslime, wenn denen hier halt irgendwas nicht gefällt oder was weiß ich, Deutschland hilft Israel oder die USA helfen Israel zum Beispiel, dann wird das halt so zusammengebastelt. Seht her, diese blöden, finsteren westlichen Christen, die arbeiten hier dann irgendwie auch für die jüdische Weltverschwörung. Also deswegen wird das halt so gerne verwendet. Also die Russen haben es ja auch so gemacht. Russen haben dann sehr viele Exemplare drucken lassen von den Fake-Protokollen von Zion für die muslimische Welt in deren Sprachen. Einfach um diesen Hass zu schüren auf den Westen, um halt da halt verschiedene Ziele damit zu erreichen. Also ob jetzt halt eine Kommunistenrevolution irgendwo in irgendwelchen Ländern irgendwo, hier von Afrika, Nahosten oder halt, wie die Amerikaner sagen, Middle East, oder jetzt halt auch halt mitten in Europa oder in den USA. Ja, man setzt das Ziel fest, man möchte in Aufstand, dann sagt man, okay, was nehmen wir her als so aufhetzerisches Material und dann hält halt meistens immer diese klassische Verschwörungsmythologie her, die passt dann so ins Konzept, also nimmt man das Ganze. Ja, und halt sogenannte Verschwörungstheoretiker vermarkten sich als mutige Experten über organisiertes Verbrechen, illegale Geheimoperationen, ohne wirklich denken zu können oder zu wollen, wie professionelle Ermittler oder Geheimdienste. In aller Regel kennen sie nicht einmal die weitreichende Sachliteratur über die Geheimdienste des 20. Jahrhunderts und kennen auch nicht die Geschichtsforschung zu den bedeutenden Imperien, machen sie auch nicht die Mühe, wirklich die Vergangenheit zu rekonstruieren, was waren die Geheimdienste vor dem 20. Jahrhundert, wie hat das alles funktioniert. Es reicht in der Szene, ein paar Versatzstücke zu kennen, die altbekannte Denkschablone zu verwenden, jeder aktuelle Vorfall, jede Phase der Politik lasse sich zurückführen auf die Illuminaten, eine mehrhundertjährige, manche sagen mehrtausendjährige Verschwörung von Juden. So könne jeder Aktivist vor dem Bildschirm quasi jeden Fall innerhalb von fünf Minuten lösen. In der Geheimdienstwelt hingegen sammeln Profis mühsam Informationen und die Auswerter erstellen Berichte für die gewählten Politiker, wird offen in alle möglichen Richtungen ermittelt, was auch Jahre dauern kann. Man möchte herausfinden, wie Dinge wirklich sind. Und fragt man jetzt Historiker, auch solche, die auf Geheimdienste spezialisiert sind, dann werden diese Historiker sagen, dass es vor dem 20. Jahrhundert keine großen staatlichen Geheimdienste gegeben hätte, seien schlicht keine Akten vorhanden, die man auswerten könnte. Inzwischen haben Forscher wie Professor Klaus Oberhauser aus Österreich realisiert, dass die damaligen Großreiche wie Britannien durchaus über ernstzunehmende Strukturen verfügten. Oberhauser folgte der Spur des britischen Agenten Alexander Horne, dessen Verbindungen zu den ersten großen Bestseller-Verschwörungsbüchern in Archiven des Foreign Office fanden sich auch dahingehend Akten. Die Verschwörungsautoren aus mehr als 200 Jahren wollten schlichtweg das Feld beackern, um das die Historiker lange Zeit einen Bogen gemacht hatten und dann das Vakuum füllen mit völlig irrsinnigen Ideen, die jedem Grundsatz geheimdienstlicher Realität zuwiderlaufen. Also, da hat man den Leuten eben erzählt, wir wissen, was damals passiert ist in den 1800 Jahren, so im Geheimen, und wir erklären euch das jetzt. Aber es ging ja nicht immer nur um Aufstand, Aufstand, ja, Revolution, Revolution, Chaos, Chaos. Diese alten Reiche hatten sehr wohl Geheimdienste und da gab es halt viele, viele Operationen und Netzwerke und Player. Man reduzierte das Ganze allerdings auf diese dummen Formel. Ja, diese Judenverschwörung, das könne jeder gleich kapieren. In Wirklichkeit braucht es wirklich eine Weile, bis man diese alten Reiche kapiert. Das hat jetzt nicht nur Auswirkungen hier in Europa, wie das halt früher so alles war, sondern das hat auch große Auswirkungen auf die islamische Welt. Ja, also das heißt, da gab es auch verschiedenste Operationen und so. Muslime häufiger und häufiger reduzieren das aber auch auf diese Idiotenformel, naja, jüdische Verschwörung halt. Ja, und so agitieren die dann und meinen dann, sie können sich alles erklären. Also finden diesen Auszug hier auf recenter.com. Also da ging es erst mal um das Mittelalter, wie man halt da so schon so ein bisschen gearbeitet hat mit so Verschwörungsnarrativen über Juden, wo es gerade in Deutschland ja eigentlich fast gar keine Juden gab und so. war alles sehr, ja, noch sehr schwach differenziert. Und erst später kam es dann halt eben zu diesem größeren, sehr größeren Vorstellung einer jüdischen Groß-Mega-Weltverschwörung. Das hat sich dann im Laufe der Zeit so entwickelt. Und ich kann hier dann genau aus, genau darlegen, wie man das gebastelt hat. Verschiedene Regierungen beteiligt haben dann gesagt, ja, wir brauchen das jetzt für irgendeinen Zweck. Wir müssen halt gerade von irgendwas ablenken oder wir brauchen das jetzt halt, um ein anderes Land zu verwirren, destabilisieren. So hat man das da eben getrieben. Und nun, nun wurde ja die Kompakt dicht gemacht, also das ganze Medienunternehmen hier dicht gemacht, alles hier einkassiert. Kompakt gilt jetzt nicht nur als verboten, auch Nachfolgeorganisationen sind verboten und andere sogenannte alternative Medien wundern sich. Naja, sind sie als nächstes dran, werden sie auch verboten. Es gab hier den Hauptvorwurf, dass die Kompakt hier auf klassische Verschwörungsideologie angespielt hätte, also dass man das so benutzt hätte. Und das war dann halt eben so verbunden mit dem Aufruf zum Regimesturz. Ja, das heißt, das ist unwesentlich oder es ist juristisch unerheblich, ob Jürgen Elsässer von der Kompakt das Zeug wirklich geglaubt hat. Ich vermute mal, nein. War ja früher linksradikal, wollte Deutschland zerstückeln, zum Viervölkerstaat machen und so weiter. Lirumlarum Löffelstiel, das war halt damals so die Vorstellung, ja, diese westdeutsche Bedrohung da irgendwie klein zu machen, aus Sicht von Elsässer und anderen Kommunisten. Aber so ein Programm funktioniert heute nicht. Also da kannst du heute niemanden mehr in den Ofen davor locken und dann wurde Elsässer halt irgendwann, oder seine Publikation wurde halt sehr, sehr rechts. Und man sieht halt eben so die klassischen Verschwörungsideologen da draußen, die fanden dann das Kompaktmagazin immer toller und halt Rechtsextremisten fanden das Magazin immer toller. Juristisch entscheidend ist so die Wirkung, die damit erzielt wurde. Also auch die Wirkung, die vielleicht beabsichtigt wurde. Es gab jetzt eine interessante Diskussion in den Kommentaren hier bei uns auf YouTube. Also ich hatte das Interview gemacht mit dem bekannten Anwalt Jun. Da hatte ich dann spezifische Fragen an ihn. Im Großen und Ganzen habe ich natürlich schon verstanden, wie der Mechanismus hier in Deutschland funktioniert. Also die Geheimdienste gucken danach und wenn sie genug finden, kann man irgendeine Publikation verbieten. Aber da spielen ja verschiedene Rechtsnormen mit rein und konnte da eben dann so ein paar Lücken bei mir füllen. Und dann gab es ein paar interessante Fragen in den Kommentaren zu diesem Jun-Interview. Ja, aber wie ist denn das? Wenn man jetzt irgendeine Reaktion hat im Publikum, wie kann man dafür verantwortlich gemacht werden, was das Publikum dazu denkt? Also wie ist das mit Recenter? Wenn wir jetzt halt zum Beispiel irgendwie Sachen veröffentlichen und dann begreifen das Leute im Publikum irgendwie so oder so und dann bin ich dafür irgendwie haftbar. Ja, weil das klingt natürlich dann erstmal ziemlich bescheuert, wenn man halt haftbar gemacht wird für das, was andere Leute draußen denken oder machen. Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich meine, erstens, wir unterscheiden uns total von der Kompakte. Also das, was ich berichte, meine Kontakte, das ist alles komplett anders als die Kompakte. Das ist schon mal das eine. Und das berührt halt jetzt bei dem Kompaktverbot, das berührt halt einen viel größeren Bereich. Also die Amerikaner nennen das Insurgency, also Aufstandsbewegungen. Man nennt das auch im Kalten Krieg subversive Bewegungen. Und dann gibt es eben auch praktisch die Bekämpfung solcher Bestrebungen. Die Amerikaner nennen das Counter-Insurgency. Da gibt es viel Literatur dazu, gerade aus dem englischen Raum. Also man kann da wirklich sehr, sehr viel lernen. Und die Amerikaner sind da halt unglaublich clever geworden und wissen da eigentlich alles Mögliche drüber. Und darauf kommt es letztendlich an. Also das ist halt in Deutschland so, wenn man jetzt irgendwas berichtet und irgendwie Leute verstehen, das ist irgendwie dann komisch und machen dann komische Sachen. Das langt noch nicht wirklich aus, dass du jetzt irgendwelche Medien dafür haftbar machen kannst. Sondern es geht eher darum, das Ganze halt von hinten aufzuziehen, zu forschen. Naja, hatte jetzt die Kompakt von vornherein so ein Ziel, wie sie es irgendwie nannten, Regimesturz, wie genau war dieses Ziel so, diese Zielsetzung beschaffen? Ich meine, juristisch sagen sie ja in einem Verbotsbeschluss, es ist vollkommen Banane, was für eine neue Ordnung sie da anstrebten. Es reicht, wenn sie halt versucht hatten, irgendwie die alte Ordnung zu beseitigen. Die Kompakt selber sagt, ja, wir haben ja nur ein bisschen geschmarrt, wir wollten ja was ein bisschen provokant klingen. Uns ging es einfach irgendwie um die blaue Welle oder halt irgendwie um, dass die Ampel weg ist und bla bla bla. Aber da schauen die Geheimdienste eben genauer nach und die haben alles anscheinend aufgezeichnet von der Kompakt und das werden wir in der Zukunft auch mal ein bisschen genauer hören, was die Kompakt da wirklich gesagt hat und gedacht und geplant hatte. Also jetzt irgendwelche Ausreden zu finden oder sowas, das ändert nichts an dem, was Elsässer jahrelang gemacht hat, auch abseits der Kameras. Die Rechtslage ist auch, wie sie ist. Die Rechtslage wurde nicht geschaffen von, also im Grundlegenden nicht geschaffen von Faser oder was auch immer. Das ist einfach so. Und da gucken sie genau nach. Was war die Zielsetzung der Kompakt? Was wollten die genau hier machen? Und was für eine neue Ordnung hätten die sich gewünscht oder auf was für eine neue Ordnung haben die darauf hingearbeitet? Und vor allem, welche Rolle spielte möglicherweise nach oder welche Rolle sollte möglicherweise nach Wünschen der Kompakt Russland spielen hier? Also wie stellten die sich das vielleicht vor, was die Russen hier vielleicht zu tun haben mit dem Regimesturz und mit dann der Ordnung danach? Ja und dann kannst du halt vielleicht diese Argumentation dann genau zusammenbasteln. Die Kompakt hatte so ein Ziel und haben sich überlegt, naja, wie lösen wir halt die Publikumsreaktion aus, die wir wollen? Und dann nehmen sie halt diese und jene Inhalte, ballern die Inhalte raus und beobachten, sprechen wir das Zielpublikum auch wirklich an und hat das so die gewünschte Wirkung im Zielpublikum? Ja, also das ist jetzt mal so eine vereinfacht gesagt, so eine Darstellung. Ich bin nicht der Jurist, aber ich bin halt spezialisiert auf Geheimdienste, Insurgencies, Counter-Insurgencies und halt wie die Imperien funktionieren. Ja und natürlich müssen sich dann Leute austauschen. Also Anwalt, dieser Anwalt Jun, kennt sich halt prima aus mit der Rechtslage, aber der ist jetzt nicht spezialisiert auf diesen ganzen wilden Geheimdienst-Wust und was da alles auf sich hat. Ja, also da muss schon irgendwo bewiesen werden in der Zukunft, so stelle ich mir das vor. Es gab eine feste Absicht, man wählte die geeigneten Mittel und hatte dann auch so diese Reaktion ausgelöst. Also man hat ja in dem Verbotsbeschluss einen wesentlichen Punkt rausgelassen gegen die Kompakt. Welche Rolle sollte nach Jürgen Elsässers wünschen Russland spielen bei dem Regimesturz in Deutschland? Welche Rolle sollte Russland spielen in der Beziehung zu dem neuen System in Deutschland? Also das Russenfass wurde also öffentlich noch gar nicht aufgemacht, aber darum geht es ja eigentlich. Das ist halt ein ganz großer Bereich der Insurgency und Counter-Insurgency. Und ja, also Jun in dem Interview beantwortete wichtige Fragen. Die Wirkung ist entscheidend, nicht nur die Absicht. Das ist eine Wechselbeziehung. Und also je nachdem, was Elsässer da irgendwie dachte mit den Russen, wie die hier reinspielen, das kann natürlich dann eine ganz große Rolle spielen. Also Geheimdienste wissen ganz genau, wie Russen, also wie die Russen hier einen Sturz hier vorbereiten und durchführen würden. Das ist ja bekannt. Da werden Leute ausgebildet darauf. Ich verweise auch auf Project Camelot. Das habe ich hier genau beschrieben in meinen Büchern. Also zum Beispiel, denke wir an Geheimdienstler, Masterclass und andere. Also da haben sich die Amerikaner unglaublich professionalisiert, weil die Amerikaner haben ja eine sehr starke Meinungsfreiheit, sehr weitgefasste Pressefreiheit. Also da kannst du in den USA jeden Dummfug da bringen. Also da können Leute sich da mit den Nazis sympathisieren. Die können da irgendwie in Amerika sagen, sie würden Hitler mögen und bla bla bla. Aber es gibt sehr starke Sicherheitsbehörden. Und das FBI war da unglaublich brutal gegen die Panthers und KKK-Gruppen und Kommunisten und so. Und dann hatte man sich eben, und dann hatte man so Ende der 1950er Jahre hatte man schon Computer, um halt zu verstehen, wie Leute ticken. Und dann haben die da in Amerika hier so ein großes Programm hier gestartet, haben das dann aufgeteilt in einzelne Stücke, haben dann diese Stücke dann auch im Ausland hier so betrieben, in verschiedenen Ländern. Und man wollte das Ganze eben sehr, sehr stark tarnen. Also da sollten Leute an einem einzelnen Bereich arbeiten, gar nicht wissen, wie das große Ganze aussieht. Und man hatte sich die schlauesten Köpfe beschafft. Also Computeralgorithmen, Experten, Psychologen, Anthropologen, Experten für ein gewisses Zielland. Oder auch Experten für die USA. Und dann haben wir dann gesagt, wir sammeln jetzt einfach mal Daten. Also welche Bürger haben wir hier eigentlich in Amerika? Welche Bürger sind in diesen Ländern Iran und Chile und halt auch Westdeutschland und bla bla bla? Wir schicken die Psychologen raus und die absoluten Experten raus, die sich halt auskennen mit dem jeweiligen Zielland. Wie ticken denn die Bayern? Wie ticken denn die Sachsen? Wie ticken die Thüringer? Wie ticken die Bauern in Chile? Wie ticken die Gesellschaftsschicht im Iran? Wie tickt jede Gesellschaftsschicht im Iran? Man wollte ja alles wissen, damit man in der Lage ist, eben Aufstände vorherzusehen und möglichst früh rein zu grätschen. Und man kann das natürlich auch zweckentfremden, um in irgendwelchen Ländern Aufstände zu produzieren. Ich meine, die Amerikaner wissen auch, wie man eine Insurgency macht. Das haben wir auch gesehen dann in Chile und im Iran und so. Ja, und dann hatte man im Laufe der Zeit mehr und mehr Daten. Und man dachte sich dann auch, ja, können wir auch in Amerika hier benutzen, also wenn irgendwelche Aufstände da sind. Das heißt, da gab es ja dann auch so diese sowjetische Kampagne, die wollten dann Afroamerikaner aufhetzen in Amerika, auch in Verbindung mit kommunistischer Ideologie. Die Sowjets wollten halt eben dann Linke aufhetzen. Und die Sowjets wollten auch Rechte aufhetzen in Amerika. Also halt die Vollnazis und auch Verschwörungsideologen. Ja, haben wir dann auch so Sachen gepusht, so, ja, die große, halt von wegen der großen Verschwörung, und man müsste jetzt einfach nur Radau machen, alles irgendwie zu Fall bringen. Die Rechtsextremisten und Verschwörungsideologen in Amerika, die haben dann irgendwann diese Turner Diaries gelesen, diesen radikalen, voll verrückten Roman, wo dann rechte Terroristen halt alles destabilisieren und irgendwann kommt es zum großen Bürgerkrieg. Und man wollte halt all dieses Zeug kontern. Ergo, Project Camelot und zig andere Projekte, die in die gleiche Richtung gingen. Und man hatte dann irgendwann auch so viele Daten und so gute Computeralgorithmen, dass man Simulationen laufen konnte, Simulationen am Computer laufen lassen konnte. Also, wenn jetzt alles so weitergeht wie bisher, was passiert dann in 10, 20, 30 Jahren? Und wenn man in der Simulation gesehen hat, das wird uns zu instabil, das mögen wir nicht, dann konnte man sagen, dann greifen wir halt jetzt schon ein. Wir machen mehr Counter-Insergency, wir gehen aggressiver vor gegen Aufständler und so. Und dann lässt man so eine Simulation durchlaufen. Wenn einem das Ergebnis gefällt, dann macht man diese Maßnahmen auch in der realen Welt. Und jetzt, als das Internet kam, mehr Leute sind online, füttern ihre Daten in die Systeme. Es gibt auch andere Datenbanken für die Verwaltung. Man kann also Profile erstellen von kleinsten Gruppen, auch einzelnen Personen. Und dann lässt sich halt dann immer messen, wie sieht es gerade aus mit potenziellen Aufständen. Und auch jetzt hier in Deutschland kann man das anscheinend beobachten. Und es kann jetzt durchaus sein, dass die Amerikaner da gemerkt haben, ups, das wird zu instabil in Deutschland und in anderen Ländern Europas. Das gefällt uns so nicht. Das hat einen kritischen Schwellenwert überschritten. Und vielleicht war dann eher so die amerikanische, so die amerikanische Agenda auch, man will jetzt halt hier in Europa stärker eingrätschen. Und man sieht ja, wie jetzt halt alle möglichen Publikationen in Schwierigkeiten geraten, wie halt dann mehr Agenten geschnappt werden und, 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 und. Neue Gesetze, die es den Russen schwerer machen. Und das geht zurück halt auf die frühesten, also die frühe Ära des Imperialismus. Also die Römer machten das genauso. Die hatten ja auch nur begrenzte Sicherheitskapazitäten, so und so viele Legionen, die man aufstellen konnte. Man brauchte diese Legionen halt im Kampf gegen das Ausland. Man brauchte die aber auch im Inland gegen Aufstände. Also musste man immer informiert sein, wo die Bedrohung ist. Und immer in genau einem richtigen Moment sagen, wir schicken da jetzt drei Legionen hin, wir schicken jetzt da zehn Legionen hin. Und deswegen gab es auch sehr viel Spionage im Alten Rom. Das verstehen halt die Forscher inzwischen viel, viel besser. Und das ist halt so, das ist halt so die Situation mit diesen Insurgencies. Also da wurde jetzt nicht nur die Kompakt beobachtet, sondern halt auch das Kompakt-Publikum, nicht nur die Abonnenten jetzt, sondern auch Leute, die das halt so gekauft haben und dann online irgendwie unterwegs waren. Also irgendwie kann man diese Leute natürlich dann finden und messen und auflisten, deren Kontakte auflisten. Und dann weißt du halt irgendwann, das Bedrohungspotenzial ist jetzt gerade irgendwie zu groß geworden. Da wird jetzt halt dann richtig reingegretscht. Und das wird noch schlimmer werden. Also wenn die NATO mal in einem richtigen Krieg ist mit den Russen oder wenn das halt mal überkocht, dann wird da halt noch stärker da reingegretscht. Damit sollte man auf jeden Fall rechnen. Und jetzt kam es beinahe, beinahe, das ist den Leuten gar nicht mal so bekannt, kam beinahe zu einer kommunistischen Revolution hier in Deutschland so ab 1900, also eigentlich war es geplant für 1923. Alles stand bereit. Diese ganze Unternehmung wurde angeleitet durch die Russen und es gab halt hier sehr viele Kollaborateure und geheime Zellen und alles war vorbereitet. Also Kampfgruppen, Spionagegruppen, Terrorgruppen, gab alles, was man gebraucht hätte. Und natürlich auch jede Menge Medien. Das ist eine Informationskriegsführung. Also man spricht halt heute auch von einer Art Hybridkriegführung. Und dann war eben dann geplant, man macht das hier in Deutschland. Die Leute fangen dann an zu kämpfen, die ausgebildet wurden. Und dann nimmt man halt so Städte ein, diverse Zentren ein, Industriezentren, alles, was irgendwie wichtig ist. Ja, und dann kommt ab einem gewissen Punkt dann die Rote Armee hier rein. So war die Idee. Und übernimmt dann alles letztendlich. Und die, ja, Sowjet, also Sowjetunion hat hier neues Territorium. Man sagte da schon, Deutschland wird das neue Zentrum des Weltkommunismus oder der Weltrevolution. Man wollte hier die ganze Industrie, die Ingenieure haben. Man wollte hier halt dann diesen riesigen Brückenkopf haben, um im nächsten Schritt halt dann Frankreich zu übernehmen und Britannien, irgendwann auch die USA zu übernehmen. Also ich habe da einen Beitrag veröffentlicht hier auf recenter.com, auch als Videoform, falls Sie das noch nicht gesehen haben. Das heißt, Willi Münzenberg, der deutsche Medienzar im Auftrag Moskaus, der unter die Räder geriet. Also Willi Münzenberg, der hatte hier halt die ganzen Zeitungen in den 1920er Jahren und Film-Kino-Produktionen und halt Verlage auch für Bücher und alles Mögliche und Hilfsorganisationen. Es war halt absolut hier, das war halt absolut gedacht für, das war absolut gedacht hier für eine, in Vorbereitung zu einer Revolution. Da war nichts gewöhnlich dran an diesen Medien von Münzenberg. Das war auch den Leuten im Kreml egal, wie viel Geld da verbrannt wurde von Willi Münzenberg mit seinen Unternehmungen. Hauptsache, es hatte den gewünschten Effekt. Also auch wieder, es beginnt alles mit der Absicht, man wählt die passenden Mittel und so, dass es halt die gewünschte Wirkung hat auf das Publikum. Und jemand wie Münzenberg, der war auch nicht ganz eingeweiht von den Sowjets. Der sollte nur seine Befehle befolgen. Und Münzenberg dachte, ja, da kommt dann die große Revolution hier und dann kam sie aber nicht. Da dachte er, naja, dann machen wir halt weiter mit dieser hybriden Kriegsführung und da, 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 wird schon irgendwann werden. Und dann wurden die Nazis immer stärker und irgendwann waren die Nazis an der Macht und dann war er ganz verwirrt und er dachte dann, man könne im letzten Moment noch eine breite Koalition zusammenzimmern gegen die Nazis. Also man spricht dann auch mit den verhassten Sozialdemokraten, man spricht auch mit den Bürgerlichen und so und er wollte dann auch aus Eigenregie eben noch was retten gegen die Kommunisten, äh, gegen die Faschisten. Aber das wollte dann Moskau gar nicht mehr. Weil in Moskau hatte man längst andere Pläne. Man hatte sich da gedacht und das bestätigen auch halt leitende Historiker wie Robert C. Tucker. Es war in der Plan gefasst worden, naja, wir lassen Europa hier oder Westeuropa in Flammen aufgehen. Die Deutschen sollen kämpfen mit den Franzosen und den Briten und wenn die sich gegenseitig geschwächt haben, dann kommt die Rote Armee und übernimmt alles. Also ein ganz, ganz, äh, heikler Plan und Willi Münzenberg war da gar nicht an Bord mit dem Plan. Hat sich dann irgendwann losgelöst, halt hier von Moskau, nannte Stalin offen einen Verräter und damit unterschrieb Willi Münzenberg sein Todesurteil.